Ich habe hier so ein ultra cooles Gerät dafür. Das habe ich auch immer, wenn ich als Ernährungsfachfrau unterwegs bin und ausportionierte Desserts brauche in den kleinen Gläschen. Da ist das für mich eine große Erleichterung und ist besser zu handhaben als oft die Einfüllhilfen. Also das kann man sich überlegen, wenn man gerne in so kleinen Gläschen was anrichtet, dass einem Dessert helfen kann. Denn, das ist jetzt, Sie können jetzt hier drauf drücken und dann kommt das Parfait unten raus. Ideal für vier Personen, jeder zwei Parfaits auf dem Teller, so können wir es dann anrichten. Es ist durchgefroren und jetzt sehen Sie auch den Vorteil von den Förmchen. Sie können es jetzt hier so auf Ihren Teller stürzen. Zwei Stück, wir wollen ja da nicht geizen damit. Und spazieren das mit unserem Erdbeer-Salat. Und zur Krönung setzen wir oben drauf nochmal ein bisschen frische Minze oder Zitronenmelisse. Rief mal haben wir die Zitronenmelisse. Und fertig ist unser wunderbares Sommerdessert. Sommerdessert, der Rhabarber mit der Säure, die Erdbeer mit dem Orangenlikör und interessanterweise mit dem Estragon. Probieren Sie es einfach mal aus. Ist ein super Kombi und vielleicht können Sie Ihre Gäste damit überraschen und erfreuen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Nachmachen und guten Appetit. Werden die Zitronenmelisse. Jürgen, der Rhabarber mit dem Erdbeer mit dem Erdbeer mit dem Erdbeer mit dem Erdbeer mit dem Erdbeer-Salat. Vielen Dank.